würde ich sagen jolo moda dodo fähigkeit aktivieren jolo nein fähigkeit aktivieren jetzt oben bei dir ja von hinten kam der arsch grösser hinten wurde auf mich geschossen ja wenn ein hässlicher wichser den nicht gemacht hätte ist ja schön für eine geile knarre da hey du sag ich weiß behindert das wollte ich mitnehmen ich bin ein netter aber ich bin ein süßer hunde also wer schließt denn nach hinten weil ich gucke auch nur und du nimmst die scheiß gleich ich fand das schön für mich zehn halb tausend money hallo so ich ach jetzt mal auf den nervs munition kaufen ja abteilung b da verstecken sie doch die intelligenzbestien die an so super geheimen scheiß arbeiten oder ich forsche an experimenteller technologie die abteilung lässt mich die sachen hier benutzen was machst du hier ja nun bleibt der kathol Ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laserdorn von einem Haar schräg aussehenden Dalm-WT-Rückerobern. Tun wir das nicht, mach der Mond bumm und halt Pendora. Hahahaha, halt Pendora. Ich brauch... mein Trinken. Ein Arschtritt? Mhm. Du brauchst ein Arschtritt? Oh, Waffen, Waffen, ah, Munition. Mein Neugma... Flasche, gib mir auf. Ach, du bist weh, ne, Flash? Tja, der ist noch nicht fertig. Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototypen? Achso. Ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst. Den Bau eines Masterbots, der einen unendlichen Nachschutz an anderen Bots distracken kann. Ist fast fertig. Aber wegen das Geld konnte ich ein gewichtige Teile mit einbauen. Ich wollte, dass du ihnen ein so mächtiges Gerät in die Hände hättest. Da ist Karlchen, da ist Karlchen, da. Erzählen Sie weiter. Ja, komm. Wir brauchen nun die Hardware zusammenbauen. Dann noch eine Militärkarte installiert. Und Puls, schon. Guck das Ding. Hm. Ich bin hier weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken? Ja, klar. Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, ein Constructor. Hübsch. Tja, äh, Technikfreak. Dieser Prototyp kann also Gefechtsloader-Digi striken. Weil, ehrlich, diese Power-Suits finde ich ziemlich, äh, lahm. Ja, absolut. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammenbauen. Dazu musst du dir Zugang zur Haupt-Bot-Fahrzeuge haben. Hast du ja, wenn du das einstecken kannst. Der letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumm dreinblickende Ansammlung von Einschusslöchern. Klar? Warum sollte ich nicht über... Ich will verkaufen, was für Müll. Hehehe. Gleich weg mit dem Schrott wieder. Wo man sein Inventar zumüllt. Ähm. Ich würde da sagen, der Zwetz, ne? Schau mal. Ähm. Cool. Doch was Gutes für mich eigentlich. Weil irgendwie benutze ich andauernd die ganzen Sniper. Alter. Ich krieg Gegner ein. Da habe ich auch so einen Einfrier-Sniper. Ach, hier ist mal ne... Oah, ich Idiot. Oah, keine Atmosphäre. Boah, ihr Ficker. Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Oah, einfach weitergehen. Weiter, weiter, weiter. Einfach pumpen, pumpen, pumpen. Oh. Tschüss. Hehehe. Boah, du Arsch. Dankeschön, Flash. Das war doch die schönsten Jahre meines Lebens. Plus, frie ein. Haha. Autsch. Auf, auf. Dankeschön. Äh. So kann ich Sauerstoffe dir geben, okay. Boah, die näher einfach reinfrieren hier. Boah, die näher einfach reinfrieren hier. Komm das weiter. Ah. Einfach nur die großen Viecherkehlen, wie wir sehen. Oh, oh. Egal. Fisch. Oh, dahinten das fette. Entchen! Ja, ich hab's gemerkt, du Arsch. Dankeschön. Das ist so scheiße zu schießen jetzt. Oh, das geht doch voll. Hm. Ich mag das Entchen. Wo bist du? Ich will das Entchen sehen. Ey, du hast kein Entchen? Hab ich schon. Komm. Ich drücke aber ganz AC zum Stampen. Achso. Oh nein. Komm zurück. Santos? Was? Komm zurück. So. Schnell. Ich bin doch egal. Sterb. Nein, ich will nicht sterben. Ich will keine... Alter. Ja, mach's gut. Ich will keine Mondstelle verlieren. Klar. Das suche ich. Mich lässt du ja auch gerne sterben. Ich hab dich bis jedes Mal gerettet. Ich sag ja nur letztes Mal. Ja, das war aus Versehen. Hm, aus Versehen, ist klar. Na, was ist mit euch denn los hier? Das sind Faggots, das ist los. Ich geh einfach weiter, weiter, weiter. Hm. Und... Feuer frei Granate. Da ist ein... Scheiß Wichser. Egal, hier ist nix. Hier ist das hier. Eingefroren. Wo war der Centus, hä? Barsch ist der da. Barsch. Schick mich doch nicht weg. Achso, das war ein Gegner hinter mir. Hehehe. Ich dachte, du schiesst mich da so weg. Oh, komm, hier, nimm einfach. Hä? Hast du mit zurück? Nee. Doch vielleicht. Entweder bei mir... War das bei dir? Ja, bei mir scheppert's die ganze Zeit. Oh, ich muss aktivieren einfach, ist mir egal, was kommt. Ja, ich bin rausgeflogen eben. Achso. Minitrap in der Haus. Da kann ich ja fast alles aktivieren hier. Also... Munitionstechnisch. Bei dir weit drin. Ja, ist jetzt nur noch... Looten fix und sowas. Ich hätte aber keinen Disconnect oder so. Nee. Das war wegen dir wahrscheinlich neben, ne? Nee. Ich hab nix gemacht. Ich bin auch nicht rausgeflogen. Ja. Ja. Nein, war das... Kann auch sein, dass es ein schneller Disconnect war. Äh... Boah, mein Spiel hat grad gehangen. Ja, warte mal, ne? Ich mach nix. Nur das meins. Ich lass alles in Ruhe. Mhm. Da bist du. Hallo. Ja. Ja, ich bin... Verkaufen. Besser das Ding nicht genau kommen. Fick den. Wie viel was brauchst du denn? Ja, diesen Sauerstoffding. Wie viel Geld hast du denn? 2, 4. Okay. Ich hatte mir eben schon einen besseren geholt, aber dass damit aber noch ein besseres ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Hä? Was ist da? Hab ich den hingeschmissen? Ja. Hab ich eben nicht gesehen. Dafür hab ich den... Anrecht auf den nächsten Loot. Den besseren. Ich kauf hier, ey. Was ist los? Hast du das so oder so, du Spinner? Nee. Habe ich Anrecht auf den nächsten Loot? Machst du das eher so oder so? Nein. Ich beherrsche mich ja immer. Ja. Ja.